Grüß Gott, mein Name ist Alexander Pawlik, ich bin Leiter der VDI 8.1 zwischen Nürnberg und Bamberg sowie der Güterzugstrecke. Ich begrüße Sie recht herzlich und möchte Ihnen nachfolgend nun einen kurzen Rückblick über das Jahr 2021 geben, was haben wir geschafft und was haben wir 2022 vor der Brust. Gleich zu Beginn des Jahres 2021 haben mein Team und ich einen wichtigen Meilenstein für das Projekt Güterzugtunnel Fürth geschafft, eines der wichtigsten Bahnprojekte in Mittelfranken der 20er Jahre. Wir haben Anfang des Jahres die Planrechtsunterlagen beim Eisenbahnbundesamt in Nürnberg eingereicht. Im Sommer 2021 erfolgte dann die Offenlage. Wir haben alle Ihre Anregungen und auch Einsprüche zurückbekommen und dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Diese sind durchaus sehr positiv, das freut uns und es zeigt uns auch, dass Sie den Tunnel genauso wollen wie wir auch. Kein Wunder, denn der Güterzugtunnel Fürth macht die Schiene noch attraktiver und damit auch den Güterzugverkehr und leistet damit einen wichtigen Beitrag für Umwelt- und Klimaschutz und den Lärmschutz. Auch für 2022 wollen wir uns stark anstrengen und den verbleibenden Planrechtsanteil nördlich im Bereich Eltersdorf beim Eisenbahnbundesamt in die Offenlage Planrechtsverfahren einreichen. Auch in unserem zweiten großen Bauvorhaben der Ausbaustrecke zwischen Nürnberg und Bamberg ging es in 2021 gut voran. So konnten wir im Planungsabschnitt 19 im Bereich Forchheim und Egorsheim den Streckenausbau weiter vorantreiben. Wir haben neue Brücken gebaut und auch neue Gleise verlegt. Zudem haben wir im Sommer 2021 dann die Stabbogenbrücke über die A73 im Bereich Egorsheim in einer Nachtsperrpause eingehoben. Mitte des Jahres lag dann auch der Planverstellungsbeschluss zu unserem nördlichsten Bauabschnitt im Bereich Altendorf, Hirschheit und Strüllendorf vor. Ein wichtiger Meilenstein für unser Team und mich. Im Juni 2021 erfolgte dann der Baustart für den viergleisigen Ausbau auf dieser Strecke. Das letzte Teilstück, um die Viergleisigkeit zwischen Nürnberg und Bamberg herzustellen. Auf der Ausbaustrecke haben wir auch in 2022 einiges vor. So wollen wir im Frühsommer 2022 die Piastenbrücke einheben und im weiteren Jahresverlauf im September 2022 dann die zweite Stahlbogenbrücke über die A73 bei Egorsheim. Zwischen Vorheim und Strullendorf wollen wir in 2022 auch den Streckenausbau weiter vorantreiben. Dies ganzjährig, damit auch der viergleisige Ausbau in diesem Bereich in 2022 gut voranschreiten wird. An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, nochmal recht herzlich für Ihr Verständnis und für Ihre Geduld für unsere Baumaßnahmen bedanken. Diese werden uns und Sie noch die kommenden Jahre gemeinsam begleiten. Und seien Sie versichert, wir wollen die Auswirkungen und auch die Beeinträchtigungen auf Sie auf ein Minimum reduzieren und bitten hier nochmal um Ihr Verständnis. Es stimmt, nicht immer läuft auf unseren Baustellen auf Anhieb alles rund. Aber wenn Sie ein Thema haben, sprechen Sie uns an, wir finden gemeinsam eine Lösung. Werfen wir zum Abschluss nochmal einen Blick auf den S-Bahn-Ausbau rund um Nürnberg und Fürth. So sind wir in 2021 mit unserer Bautätigkeit im Fürther Bogen als Interimslösung gut vorangekommen. In 2022 wollen wir den Fürther Bogen und auch den neuen Haltepunkt Fürth Klinikum eröffnen. Die neue Infrastruktur sorgt dann ab 2022 für ein verbessertes Angebot zwischen Nürnberg und Erlangen. Davon werden vor allem die Pendlerinnen und Pendler nachhaltig profitieren. Für das gesamte Großprojekt Bahnausbau Nürnberg-Bamberg gilt, eine transparente Planung und ein offener Dialog sind für uns ein wichtiges Anliegen. Auf unserer neuen Projektwebseite www.bahnausbau-nürnberg-bamberg.de finden Sie ausführliche Informationen zu all unseren Projekten. Schauen Sie doch mal vorbei. Abschließend möchte ich Ihnen allen meinen Dank aussprechen, liebe Bürgerinnen und Bürger, politische Vertreter und Verbände. Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Projekt, aber auch Ihre konstruktiven Kritik und unseren stetigen Austausch mit Ihnen gemeinsam. Das wollen wir auch in 2022 mit Ihnen gemeinsam weiter pflegen. Ein großes Dankeschön möchte ich auch meinem Team ausrichten, die tatkräftig die Projekte in 2021 vorangetrieben haben und für 2022 wieder parat stehen. Zugleich gilt auch mein Gruß und mein Dank an die vielen Nachunternehmer-, Planungs- und Ingenieurbüros, die draußen tätig sind. Ich wünsche Ihnen ein unfallfreies Jahr 2022.